Hallo und herzlich willkommen zu Mr. Luke Zock Pro Cycling Manager 2023 zum Start in die zweite Woche der Tour de France. Wir führen derzeit mit drei Leuten, Proglitz, Frau Martinez, Frau Hindley, absolute Dominanz, aber auch aufgrund von einer sehr windanfälligen Etappe. Jetzt geht es das erste Mal so richtig ins Gebirge. Gleich vom Start weg ein Anstieg. Da wird sich bestimmt eine Gruppe bilden mit fähigen Bergfahrern. Ganz am Ende Col de Rome und Col de la Colombière und dann eine Abfahrt in Richtung Ziel. Mal gucken, ob uns die Konkurrenz hier heute ein bisschen fordern kann. Ah, okay. Man merkt, wir sind noch nicht in der dritten Grand Tour Woche. Wenn Antrag 8 hier so eine Bergetappe ansteht. Zwei mickrige Ausreißer. Aranburu und Schulz. Wir haben es gar nicht erst versucht. Ja, gut. Dann wäre es ja wohl ein Tag für die Gesamtwertung. Wir kontrollieren erst mal ganz gechillt und gucken uns das hier mal an. Ja, da am Ende. Da wird es dann zur Sache gehen bei den letzten beiden Anstiegen, denke ich. Mathieu van der Poel kämpft hier tatsächlich um die Bergwertung aktuell. Wir sind am drittletzten Anstieg. Bin jetzt weiter gechillt mit nur 70 gefahren. Der Abstand zu den Ausreißern ist wieder ein bisschen größer geworden. Und jetzt haben wir hier aus dem Feld heraus ging es dann noch um zwei beziehungsweise einen Bergpunkt. Und da ist der Weltmeister auch ganz vorne mit dabei. Klar, der ist oft in Ausreißergruppen, aber Bergwertung bisschen unrealistisch, aber okay. Dann schauen wir uns doch mal an, was es jetzt hier am Kolderom so schönes gibt. Nick Schulz, allein in Front, dahinter Dobey, Guglimi und Van der Poel. Aranburu und dann kommt der Bora Express, angeführt von Max Schachmann. Ursprünglich waren es ja zwei Ausreißer, Aranburu und Schulz. Dann hatten sich noch ein paar dazugesellt durch die letzte Bergwertung. Ja, seitens der Konkurrenz ist jetzt kein so ein riesiger Angriff entstanden. Eigentlich überhaupt nicht. Ich fahre jetzt zügig hoch. Wenn ich es nicht täte, weiß ich nicht wie weit von den anderen. Was kommt an diesem Anstieg, Kolderom? Echt noch gar nichts. Wir haben gleich natürlich noch den schwersten Anstieg, fünf Kilometer lang. Aber der Abstand der Ausreißer war eben schon mal bei vier bis fünf Minuten. Also da ist jetzt eigentlich nur Bora erstmal daran interessiert, das Loch zu schließen. Wir müssen nicht unbedingt einen Etappensieg holen. Aber solange wir natürlich noch alle acht Leute dabei haben, so ein starkes Team, Formhöhepunkte, natürlich den anderen Leuten auch noch Zeit abnehmen. Aber wir bleiben erstmal so mit unseren fünf Jungs hier beisammen. 500 Meter sind es noch. Die retten sich hier noch rüber. Da gibt es jetzt auch keine weiteren Attacken. Relativ großes Feld mit über 80 Leuten noch. Aber gerade in dem Moment, wo ich das eben gesagt habe, ist dann doch nach Überfahrt des Berges ein Loch gerissen. Mit Almeida, Yates, Pitcock, Rodriguez, O'Connor. Aber ich glaube, die sollten noch mal rankommen. Allerdings geht es jetzt auch direkt schon wieder in den nächsten Einstieg rein. Schachmann sollte eigentlich noch mal einmal Wasser holen. Die sind eigentlich noch recht gut hydriert, kann man sagen. War jetzt nicht so, war sehr übervorsichtig meinerseits. Danach ist ja gar nicht mehr so viel. Und bei Berg Etappen muss man immer gucken, wo man irgendwie seine Leute mal verpflegen kann. Hier ist das jetzt gar nicht so das Problem gewesen. So, wir fahren weiter mit Chemna mit einer 80. Carapaz hat hier mal einmal kurz aufblitzen lassen. Ja, als hätte ich das beabsichtigt. Haben wir den mal eben gerade rechts gegen die Wand gepresst. Gegen die Bande. So, Lenny. Oh, Martinez heute auch mit nicht dem allerbesten Tag. Wir haben nur noch knapp dreieinhalb Kilometer. Jetzt werden hier wieder 50 Mann angezeigt, aber ganz so viele können es eigentlich gar nicht mehr sein. Gucken wir mal. Ah, schon noch ziemlich groß, aber nur noch zweieinhalb Kilometer bis nach ganz oben. Und das heißt, wir geben hier jetzt mal Vollgas. Chemna kann Martinez nochmal weiter beschützen. Okay, aber Hindley mit Roglic im Schlepptau mit einer 90. Jetzt wird es nämlich nochmal richtig steil. Gleich auf den letzten Metern. Vielleicht so eine 88. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Wingega relativ weit hinten. Ja, hier wird ordentlich ausgedünnt. Adam Yates und Pogi am Hinterrad. So, wir gehen mal mit Roglic mit einer 99 da drüber. Kann sich aber nicht so ganz lösen von den UAE-Fahrern. Ne. Ah, schade. Hindley hat es nicht ganz geschafft. Was machen wir mit Roglic? Er wird sich in der Abfahrt wahrscheinlich auch nicht absetzen können. Dann hänge ich mich, glaube ich, einfach mal an Adam Yates dran. Und hier lassen wir Hindley wieder rankutschieren. Da fahren einfach selber wieder ran, denke ich. Denn es bringt jetzt nicht so viel Thomas gegen Hart und Van Edfeldt da hinten zu halten. Die sind eh nicht so gefährlich für uns. Wichtiger ist eigentlich, dass wir Hindley hier als Teammate an der Seite haben. Gut, wir haben es versucht. Ein paar Leuten Zeit abgenommen. Aber die Etappe war anscheinend nicht schwer genug, um da den Unterschied zu machen. So, wir könnten natürlich Sneaky auch mal eine Attacke machen und vom Hinterrad wegfahren. Oder also die Lücke quasi aufgehen lassen. Aber egal. Ich glaube, das sind auch so ganz gute Karten. Kann da noch jemand an Jai Hindley rankommen? Adam Yates fast auf einer Höhe mit Roglic. Aber nö. Hindley gewinnt hier. Roglic wird Zweiter. Da machen wir jetzt auch mal keine Stallorder. Das hat sich Hindley verdient. Sonst wäre mir das ein bisschen zu knapp geworden. In der Gesamtwertung hat sich im Kern jetzt nicht so mega viel geändert. Klar, Martinez von uns ist zurückgefallen. Frau van Aert fällt jetzt auch im Hochgebirge zurück. Aber Semko, Poggi und so weiter. Alle relativ unverändert. Auch mit den Abständen. Roglic führt übrigens weiterhin in der Punktewertung. Kein Wunder. Er hat bislang zwei Etappen gewonnen. Sehr oft gut platziert gewesen. Aber aufgrund des Punktesystems wird das schon noch an Sprinter gehen. Denke ich zumindest mal. Auf der neunten Etappe hinauf nach Tinje haben aber die Sprinter noch weiterhin Pause. Die können sich vielleicht hier bis zu der ersten Sprintwertung retten. Aber ansonsten ist das heute jetzt ein Tag für die Werftfahrer. Und hier haben wir auch noch mehr Höhenmeter. Da geht es wirklich sehr sehr hoch. Langer letzter Anstieg. Nichts ist auch sehr schwierig zu fahren. Da braucht man Teamunterstützung. Aber da mangelt es ja eigentlich hier. Gerade bei uns nicht so. Ich weiß, wir müssten es eigentlich nicht offensiv versuchen. Aber das wäre doch vielleicht auch mal eine Etappe für Lenny. Also wie gesagt, Lennart Kemner soll ja seine Chance bekommen. Gibt es auch einige Bergfahrer, die es versuchen. Ich will jetzt das Loch nicht da zu fahren, sondern einfach nur allgemein ein bisschen Kontrolle. Ich meine, wir sind in Gelb. Wir müssen nicht jede Etappe gewinnen. Ja. Aber Kemner die Möglichkeit auf so einen Etappensieg geben wollte ich ja ohnehin. Gelb hin oder her. Solange das jetzt nicht irgendwie damit. Ja. Conträr geht. Bernal, Ciccone, Badé. Alter. Einige Namen. Ja. Okay. Sollen die mal wegfahren. Dann gucken wir doch hier mal. Wir scouten mal so ein bisschen durch. Wer ist hier so dabei? O'Connor, Thunderpool. Wieder Thunderpool noch ziemlich gut platziert. 17er in der Gesamtwertung. Ja. Also niemand. Zwar große Namen. Sepp Kuss. Aber der hat schon 20 Minuten verloren. Also. Alles klar. GoFold. Zahner. Da wollen noch ein paar aufschließen. Carthy. Ja. Von mir aus wird das dann Tag für die Ausreißer. 27, wenn die sich alle zusammen schließen. Aber ich muss leider sagen, Lennart Kemner hat gar nicht seinen besten Tag. Auch wenn der plus drei Tagesformen hat. Hier am Anstieg. Ich mag das ja auch lieber, wenn man noch einen Helfer hat. Wer ihn dann beschützt, dann ist er frischer. Habe ich jetzt hier. Das heißt zum einen versäumt. Zum anderen ist Lennart hier ja eher auf sich allein gestellt. So ein bisschen das untergeordnete Ziel. Die meisten Helfer sollen ja für Roglic da sein. Aber er kann jetzt tatsächlich hier nicht mehr folgen. Das Tempo ist hoch. Da sind viele gute Bergfahrer dabei. Ja. Aber relativ früh hier kann der tatsächlich nicht mehr folgen. Da fallen auch einige andere zurück. Aber das ist heute nicht Kemners Tag. Geiße. 73 Kilometer vor dem Ziel haben wir die folgende Situation. Vorne noch 15 Ausreißer. Dahinter eine 7er Verfolgergruppe. Und dann schon einige Zeit weiter dahinter. Lennart Kemner, der gleich vom Feld wieder eingeholt wird. Der hing so dazwischen. Das macht keinen Sinn. Der wird nicht an 15 Leute da vorne wieder rankommen. Wenn er denen am Berg nicht folgen kann, dann können wir den gleich noch als Helfer nehmen. Wir haben aber jetzt auch noch einiges an Höhenmeter vor uns. Das hier ist das Finale. Nicht besonders steil, aber eben sehr lang. Oh Mann, wir haben ein kleines Problemchen. Und zwar in der Abfahrt hier kam es gerade zu einem Riss im Peloton. Was dazu führt. Hier seht ihr das. 27 Mann. Da fehlen aber welche. Schachmann und Hindley. Die müssen hier jetzt wieder ranfahren. fahren. Denn unser Co-Kapitän hat einfach mal den Anschluss verloren. Nicht weil er zu schwach ist oder so. Sondern einfach. Ja. Weil vorne. Ähm. Quickstep glaube ich war es. So dull. Bisschen Tempo gemacht hat. Und dann schlechte Position. Ja. Da sind wir jetzt im Hintertreffen. Was ist das für eine Scheiße. Und das am vorletzten Anstieg. Kemna ist schon aufgeraucht. Was macht die KI hier Alter. Wir sind gerade voll am Arsch. Hindley ist hinten dran. Kemna. Was passiert hier. Aber die können doch auch gleich nicht mehr. Wieder so ein typisches Geballer. So. Ich wollte gerade sagen. Als ob wir hier jetzt wirklich leistungstechnisch Probleme haben. Wir können mal mit Kemna jetzt ganz gechillt hier das Feld anführen. Und dann erstmal wieder ein bisschen klarkommen. Gleich ein bisschen chillen in der Abfahrt. Und dann uns wieder sammeln. Meine Fresse. So. Inzwischen hat sich die Lage jetzt auch wieder beruhigt. Das Peloton besteht aus 26 Leuten. Kemna, Martinez, Hindley, Roglic sind wieder alle dabei. Alles in Ordnung. Für Sudal und für UAE ist das Tempo von mir hier manchmal zu langsam. Die schalten hier gerne auch mal Adam Yates ein. Oder Van Wilder. Ich glaube alle DC-Fahrer sind noch dabei. Alter, Van der Poel und Van Aert auch stark. Van Aert immer noch Sechster in der Gesamtwertung. Noch 25 Kilometer. Berghoch. Aber eben sehr. Durchschnittlich 5,7%. Aber auf fast 2.100 Meter Höhe. Jungen Martin wird gleich eingeholt. Und dann haben wir davor noch die 13-köpfige Spitzengruppe. Auf wen tippen wir denn hier mal? Ist vielleicht noch ein bisschen früh. Aber. Ade. Kuss. Cools. Kasi sah auch vorher stark aus. Muss man sagen. An dem zweiten Anstieg. Der hat da ganz gut Tempo gemacht. Carapaz. Oh, der fällt auch schon zurück. Jetzt fährt Lennart Kemna hier den anderen Leuten weg. Was ist denn hier los, Alter? Oder gut, ich kann auch wieder auf Einsatzbalken umstellen. Und nicht auf Führungsarbeit. Aber. Eigentlich. Trotzdem kein Grund mit 60 Führungsarbeit. Dass der Hintermann das Rad verliert. Unfassbar. So, Henrik. Mas. Macht hier jetzt Tempo für wen? Wer ist denn noch besser als Mas bei Movistar? Niemand? Wer fährt da einfach alleine hier von vorne? Also. Und jetzt nimmt er wieder raus. Was machen die hier eigentlich? So, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Damit wir hier nicht die Kontrolle verlieren. Da attackiert er. Aber schon 9 Minuten 30 zurück. Also. Da wird uns nicht Angst und Bange. Joao Almeida. Ja. Hatte hier auch gerade so ein bisschen den Anschein. Aber von mir aus, wenn das so weiterläuft, habe ich eigentlich auch kein Problem mit. Aber es ist noch sehr weit. Also, wenn das so weitergeht, können Kemner und Martinez nicht mehr so besonders lange mithalten. Immer noch 30 Leute in der Gruppe. Jo. Ineos noch mit 5, glaube ich. Jo. Krass. 8 Kilometer vorm Ziel ist es soweit. Pogacar attackiert. Wir haben nur noch Hindley. Simon Yates. Pogi. Evenepoel. Garen Thomas. Jai Hindley versucht hier das Loch nicht zu groß werden zu lassen. Verpiss dich da. Junge. Block uns doch nicht so weit nach rechts. Was soll das? Hindley in den letzten Zügen. Oh, diesen Anstieg mochte ich noch nie, ey. Tenje. Alter Schwede. Hindley ist platt. Der kann sein eigenes Rennen fahren. Roglic muss jetzt hinterher fahren. Noch ganz schön viele Fahrer hier am Arsch. Ich glaube echt nicht. Ich hätte jetzt nicht so hinterher springen können. Aber die beiden warten jetzt mehr oder weniger. Okay. Warum auch immer. Tun die uns den gefallen. Pogacar. Evenepoel. Jetzt noch mal eine Attacke von Geraint Thomas. Roglic auf sich alleine gestellt. Evenepoel dürfen wir natürlich nicht zu weit wegziehen lassen. Gehen wir auf eine 65. Wen haben wir hier noch? Will Barter. Stark. Als Ausreißer. Für Massen auch ein bisschen da gewesen. Simon Yates. Richard Carapaz. Hat sich auch über die Ausreißergruppe lange gehalten. Wingega. Gaudu. Aber ja gut, dass Wingega als Diro-Sieger mit dem Double hier nicht so stark in Form sein wird, hatte man erwartet. Uh, Roglici vielleicht mit kleinen Problemen. Gucken, wie lange die Konkurrenz da noch so schnell fahren kann. Was haben wir hier jetzt? Ja, oben flacht es gleich. Ziemlich ab. Könnten uns da auch mal an das Hinterrad von Pogacar hängen. Ich glaube, hier neutralisiert man sich größtenteils. Während es dann vorne zum Sprint kommt um den Etappensieg. Damien Housen gewinnt vor Harper und Badé. Kuss, Karthi dabei. Ja, hatte ich ja so die richtigen auf dem Zettel. Krass, dass die alle so dicht beieinander waren. Befürchte, jetzt im Sprint werden wir gleich lang gemacht. Weil Pogacar hat keine Power mehr. Thomas. Pogacar. Äh, Roglici hat keine Power mehr. Sorry. Bis auf wenige Sekunden noch überlebt. Aber das lief echt gar nicht mal so gut für uns. Jai Hindley hat hier schon ordentlich Zeit kassiert und alle anderen sehr frühzeitig weg gewesen. Von unseren Helfern. Ja, also ich weiß wieder, warum ich diese Etappe nicht mag. Ich habe dann noch nie gute Erinnerungen drin gehabt. Dieser letzte Anstieg. Ne. Aber dafür ging es eigentlich noch. Also jetzt hat mich das wieder bestätigt. Ich glaube, die Etappe habe ich noch nie gewonnen. Wir verlieren 15 Sekunden auf Pogacar. Oh, Remco Evenepul. Lol. Der ist mir voll durch die Lappen gegangen. Der hatte sich ja noch frühzeitiger abgesetzt. Und hat hier richtig Zeit aufgeholt. Der kleine Sack. Ganz 35 nur hinter dem Sieger. Uiuiui. Ja, das macht hier fast 1,20 auf uns. Pogacar hat ein bisschen und Evenepul doch schon gehörig aufgeholt auf Raugl. Wir dürfen ja auch nicht vergessen. Klar, die Tour ist noch länger. Aber Thema Einzelzeitfahren. Werden wir wohl auf den Belgier hier auch eher noch Zeit verlieren. Hindley verliert seinen zweiten Platz. Auch schon über drei Minuten Rückstand. Aber ich wollte es ja auch spannender haben. Also nur Platz 1 bis 3 hier easy geschenkt bekommen. Das ist ja auch scheiße. Also anscheinend wird es nochmal spannend. Für zwischendurch gibt es jetzt nochmal einen Tag für die Sprinter. Ihr seht es hier. Wismar fährt an für Wout van Aert. Ja. Vorne war ein Ausreißer. Da musste ich gar nicht viel machen. Oh, hier kam es jetzt zu einem kleinen Split. Oh. Uiuiui. Muss ich da ein bisschen strecken. Aber weiß ich nicht, ob Pogi da sogar mit dabei ist. Aber ich denke, das wird wieder zusammenlaufen. Ich muss gar nicht so viel machen, denn die Sprinter-Teams wollten hier einen Sprint. Somit können wir uns hier eigentlich voll darauf konzentrieren, dass wir für Dani van Poppel mal einen Sprint anfahren. Oh, ist hier ziemlich geräumig gerade. So, Haller zieht das Ding an. Van Poppel sprintet. Gar nicht so eine schlechte Ausgangslage. Van Poppel kann der hier tatsächlich um den Sieg mitkämpfen. Nein, Jakobs viel zu weit vorne. Grunewegen, Van Aert, Groves. Nicht schlecht. Aber okay, Haller als Anfahrer. Ich muss mich dann an den Hinterrad von dem Sprinter setzen. Sonst geht das nix. Aber ganz ordentlicher Versuch. Mal gucken, ob es hier sogar Zeitabstände gibt. Nee, am Ende alles gleich gewertet. Von daher, kein Unterschied. Jakobsen holt sich jetzt die Führung in der Punktewertung. Und zum Abschluss für heute werden wir hier nochmal richtig gefordert. Beimal, Mont Ventoux. Die hat in echt Vote van Aert gewonnen. Sofern ich mich recht entsinne. Und wenig verwunderlich haben wir heute wieder vorne eine ziemlich große Ausreißergruppe. Kuss, Carlos Rodriguez, viele gute Bergfahrer dabei. Weil entgegen dem, was ich eben gesagt habe, habe ich sogar Lennart Kemmer wieder die Chance gegeben. Aber es hat nicht ganz geklappt. Der ist wieder sehr weit hinten gestartet. Also ja, aber so um die 20 Minuten haben wir die Besten. Von mir aus, seid auch 15 Minuten vorne. Ich will ja eigentlich gar keinen Stress. Wenn alles gut läuft, halten wir den Laden hier bis zum letzten Anstieg zusammen. Und dann nehmen wir hoffentlich Remco nochmal ein bisschen auseinander im Hochgebirge. Da müsste Roglic doch eigentlich besser sein. Rudal Quickstep hat ja wieder einiges vor. Van Wilda und Landa sind sogar schon Tempo gefahren an diesem kleinen, ja, Appetithäppchen von Anstieg. Dieser Zweierberg. Und hat schon ein paar meiner Flachland-Spezialisten hier unsere Helfer aus den Latschen gefahren. Also Haller und Van Poppel sind längst weg. Egita auch. Schachmann schleppt sich hier vielleicht gerade nochmal so ran. Also die scheinen ja richtig Bock zu haben. Askren, Landa, Van Wilda. Da ist er, Ebene Pool. Okay, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, nehmt ihr ein bisschen raus, weil ihr keine Fahrer mehr habt, oder was? Währenddessen müssen wir uns mal angucken, was hier eigentlich vorne abgeht. Denn der Tag geht ja an die Ausreißer. Also da lege ich mich fest. 22 Mann sind hier noch vorne. So ein paar sind da rausgefallen, aber die besten Bergfahrer sind noch am Start. Und jetzt geht's so langsam das erste Mal den Morvon 2 hinauf. Die erste Überpart von der nicht so schweren Seite, sage ich mal. Um Gottes Willen, ich würde da niemals hochkommen. Aber der zweite Anstieg ist deutlich schwerer. Ach du Scheiße, wir haben jetzt schon ziemliche Probleme hier personell. Aber okay, inzwischen kann Sudal auch nicht mehr. Hätte mich auch gewundert. Jetzt wird der Abstand der Ausreißer aber nochmal deutlich größer, älter. Fast elf Minuten. Ich habe aber keine Leute mehr. Also Schachmann kam nochmal zurück, konnte nochmal die Leute mit Wasser versorgen. Aber ihr seht es, Martin ist auch schon ziemlich platt. Chemna, Hindley, die will ich halt eigentlich noch für den letzten Anstieg haben. Aber ich muss jetzt mit Martin ist ein bisschen fahren. Über zwölf Minuten, also sonst... Ja gut, theoretisch könnte ich sogar Gelb verlieren. Aber es wäre ja behämmert. Also ganz so extrem muss ja auch nicht sein. Also ich glaube, wir haben noch ein bisschen Luft. Aber eher so 15 Minuten würde ich nicht unbedingt verlieren. Noch ungefähr einen Kilometer bis zur ersten Überfahrt. Egenhardt, Paulus, Caruso und Chris Harper. Das sind die besten Bergfahrer. Wer holt sich hier oben fette 20 Punkte? Ist es der Brite Hart? Jo, sieht so aus. Der hat 21 Minuten Rückstand. Jetzt sind wir schon bei 13 fast. Caruso, Paulus. Ja, Paulus bei ungefähr 20. Der Bestplatzierte. Die Ausreißergruppe ist wieder deutlich größer geworden vorne. Die haben sich in der Abfahrt und dann im Tal wieder vergrößert. Konnten da gut zusammenarbeiten. Die gehen jetzt mit sage und schreibe über 14 Minuten in den letzten Anstieg rein. Das sind jetzt noch so 13 Kilometer, die die noch haben. Insgesamt sind es fucking 19 Kilometer. Deswegen habe ich auch ein bisschen Piano gemacht, damit wir Schachmann auch noch haben. Also wir fahren jetzt so langsam rein in den Mont Ventoux und werden erst mal direkt von den anderen Teams überrollt, weil die alle viel schneller fahren wollen. Leute, macht es uns doch nicht so schwer. Ja, wir haben doch keine Kapazitäten. Wir brauchen hier ein bisschen Ruhe. Ja, vielleicht mal so versuchen mit einer 80. Was haben wir denn hier? EF. Jayco. Haben die nicht wieder Harper vorne? Ja, natürlich. Askren wahrscheinlich für Sudal macht gleich wieder Stress. Da ist er doch. Ich sehe es schon wieder kommen. Na, attackierst du schon? Oder was? Sind doch nur noch 13,5 Kilometer bis oben. Könntest du doch mal eben alleine machen, Junge. Also, verstehe ich nicht. Wozu brauchst du denn jetzt noch Windschatten? Oben wird es windanfällig oder gegebenenfalls. Oben ist ja sehr karl. Er könnte Team-Unterstützung nochmal eine Rolle spielen. Ja, wir sind jetzt für meinen Geschmack ein bisschen weit hinten, aber ich will ein bisschen Kräfte sparen. Das heißt, solange es hier nur irgendwie geht, noch die Helfer mitnehmen. Alter, wir sind hier immer noch 45 bis 50 Leute im Feld. Jetzt kommen wir mal hier vorne an. Leichter wird es nicht unbedingt an dem Anstieg, ne? Immer noch 12 Minuten Abstand. Heilige Scheiße. Das kann auch noch böse werden. Wir werden also noch 8 Kilometer berghoch. Allzu viele Ressourcen haben wir jetzt nicht mehr. Wir können uns gleich mal die Arnungsreißer-Gruppe wieder anschauen. Hier passiert jetzt auch nicht so mega viel, aber man muss da auf der Hut sein. Ich rechne immer gleich mit Attacken. Ja, und ich glaube, das macht jetzt auch keinen großen Unterschied. Ich weiß, manche Leute fahren lieber mit Beschützen. Ich habe mich jetzt hier mal wieder für den Train entschieden. Wobei Train, naja, kleines Zügchen. Wir haben ja nicht viele Leute, die hier noch arbeiten konnten. Und Martinez und Kemmer sind wieder platt. Jo, und es ist wieder soweit. Wilder und Landa wollen wieder übernehmen. So richtig können die auch nicht. Gehen wir mal nach oben. Van Edfeldt, Caruso, Rodriguez. Harper, dann sage ich doch, J.C. hat doch Harper und Dunbar sogar vorne. Nicht ganz verstanden, was die da im Hauptfeld wollten. So, Remco. Die Reihenfolge ist eigentlich falsch, aber okay. Dann will der an seinem Hinterrad, vielleicht will der ja die Konkurrenz wegblocken. Och, scheiße, Alter. Vier Kilometer noch. Roglic ist platt. Der ist am Ende. Der ist einfach platt. Na gut, die KI auch, aber... Hoffentlich bleibt das jetzt einigermaßen hier beisammen. Drei Kilometer noch bis oben und dann halt nur noch Abfahrt in Richtung Ziel. War erst mal weiter eine 60. Dann kann hier Hindley noch einigermaßen auf der gleichen Höhe rumkrebsen. Woll, Cavagna. Schön. Bremst den Ebene-Pool da aus. Ja, bislang sieht das eigentlich ganz gut aus, dass die hier alle größtenteils zusammenbleiben. Während tatsächlich vorne auch sieben Mann gemeinsam über die Kuppe gegangen sind. Das ist ja krass. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ist hier gerade jemand abgehauen? Nö. Der Terada ist einer der letzten Ausreißer. Ja, ich würde sagen, dann fahren wir auch einfach mal so weiter. Weil mit den paar Körnern kann ich jetzt auch keinen mehr großartig abhängen. Das ist ja doch Humana abgelaufen, als ich dachte. Er ist so viel Terz gemacht und jetzt können sie alle nicht mehr, oder was? Also damit können wir uns aber auch nicht absetzen. Wir schauen uns mal die Zieleinfahrt von den Ausreißern an. Hier gibt es wieder einen Sprint aus einer kleinen Gruppe. Sepp Kuss liegt noch in Front. Letzte Linkskurve jetzt. Caruso. Kommt da noch mal einer dran? Nö. Der Amerikaner von Wisma gewinnt hier. Ja, Carlos Rodriguez scheint, glaube ich, der Bestplatzierte in der Gesamtwertung gewesen zu sein, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Also da gibt es ein paar Leute, die sich deutlich verbessern. Und da definitiv, glaube ich, in die Top Ten springen. Auch wenn die jetzt nicht unbedingt an unsere Jungs rankommen. So. Ich weiß nicht, wie frisch die anderen noch sind. Wir versuchen einfach noch mal ein paar Sekündchen Abstand. Ja. Evenepul klebt am Hinterrad. Förmlich. Vielleicht können wir hier noch mal ein bisschen was rausholen. Kleiner Prestige-Erfolg. Los, komm. Den schlagen wir im Sprint. Sehr schön. Die setzen sich hier tatsächlich noch mal zu dritt ab. Ein paar Sekündchen können wir hier auf. Alter, von Art. Junge, wie gut der ist. Also klar, in-game ist der halt mega krass. Aber dass er einfach mal mit 73 Berg hier über den Mont Ventoux zweimal rüberkommt mit den anderen. Krass. Ja, am Ende sind es immerhin 10 Sekunden auf Adam Yates. Wo ist dein Pogacar? Ja, ja, 14 Sekunden auf den Evenepul mit uns gleich auf. So, die Gesamtwertung wird ein bisschen durcheinander gewirbelt. Dadurch, dass die Ausreißer durchgekommen sind. Also, Kost, Rodriguez, Van Eetfeldt, Gigenhardt. Die machen alle ordentlich Boden gut. Alter, Dani, Felipe, Martinez ist jetzt auch richtig abgeschmiert hier. Ist nicht schlimm. Aber trotzdem irgendwie bitter, wenn man das Ergebnis nach der ersten Woche gesehen hat. So sieht es also knapp nach der Hälfte aus. Roglic in Front. Hindley weiterhin auf der 3. Pogacar und Co. sind weit weg. Ja, aber Evenepul, ne? Das Ding ist noch nicht durch. Ich wollte ja Spannung haben. Und danach sieht es jetzt auch aus. Also, die Messe ist noch nicht gelesen. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Wie auch immer man es ausdrücken möchte. Denn, ich sage nur Zeitfahren. Also, wenn ich mit 1,43 in Zeitfahren gehe, habe ich ein bisschen Angst. Bin ich ganz ehrlich. Da müssen wir also in den Bergen noch mehr rausholen. Wir blicken mal kurz auf die anderen Wertungstrikots. Jakobsen in grün. Chris Harper führt in der Bergwertung. Ja, Evenepul in weiß. Und in der Teamwertung Wismar jetzt auf der 1. Das soll es damit erstmal für heute gewesen sein. Heute, ja, hat sich das ganze Feld ein bisschen näher zusammengeschoben. Aber Hindley hat auch nochmal eine Etappe gewonnen. Ist, denke ich, für ihn persönlich auch ganz schön. Und ich hoffe, ähnlich erfolgreich. Gerne auch noch ein bisschen erfolgreicher. Geht es beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Mr. Loop zockt Pro Cycling Manager 2023. Bis dahin macht's gut. Ciao.